Das hier ist Johann Sebastian Bach. Diese wunderschönen Haare hier waren leider nur eine Perücke. Aber dafür war er einer der berühmtesten und bedeutendsten Komponisten seiner Zeit und eigentlich überhaupt auch jetzt noch. Er hat Orgel und Klavier gespielt und konnte auch super improvisieren. Er war quasi so der erste Jazzer. Er hat alle beeinflusst. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms. Er war größer als Michael Jackson. Ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich mir nicht alles merken konnte. Bach sah sich selbst in erster Linie als Musikgelehrter, der Werke musikalischer Wissenschaft erstellte. Für Bach liegt die Kunst zwischen der realen Welt, der Natur und Gott, der diese reale Welt ordnet. Die musikalische Harmonie nimmt Bezug auf die Ordnung der Natur und ihren göttlichen Ursprung. Der Traum von der Einheit der Wissenschaften reizte Bach nicht weniger als die führenden Köpfe und Denker seiner Zeit. Und so folgte er seinem eigenen empirischen Weg, indem er die bis dahin bekannten Grenzen der Komposition und der musikalischen Darstellung im Ausmaß und im Detail aufhob und erweiterte. Die bekanntesten Werke von ihm sind Magnifikat Alles anhören! Alles anhören!